Inside Health – Gesundheitspolitik im Fokus. Ein Podcast von und mit Asklepio-CEO Kai Hankeln. Die Digitalisierung des Gesundheitswesens? Kaum vorhanden. Die strukturellen Probleme? Riesig. Es gibt viel zu tun für Kai Hankels Podcast-Gast Matthias Miewes. In dieser Folge nimmt der Digital- und Gesundheitsexperte der SPD-Regierungsfraktion Stellung zur anvisierten Krankenhausreform, den Digitalisierungsplänen der Bundesregierung und der Frage, was wir vom Ausland lernen und vielleicht sogar übernehmen können. Lieber Herr Miewes, ich freue mich wahnsinnig auf den Podcast. Wird spannend. Ich freue mich auch, dass wir den ersten SPD-Abgeordneten in meinem Podcast haben. Insofern Premiere. Freut mich wirklich sehr. Sie sind in der SPD der Mann fürs Digitale. Sie sind einer der jungen Wilden in der SPD. Insofern würde mich freuen, wenn Sie vielleicht einmal ganz kurz was zu sich sagen, sich kurz vorstellen. Sehr gerne. Auch danke für die Einladung in den Podcast. Ja, ich bin Matthias Miewes, bin mittlerweile 37 Jahre alt, von daher nicht mehr ganz so jung. Da gibt es einige in der Fraktion, die noch deutlich jünger sind als ich. Ich bin aber noch relativ frisch im Bundestag, jetzt seit gut 15 Monaten dabei und ich bin eine Art Quereinsteiger. Denn in den zehn Jahren, bevor ich in den Bundestag gewählt wurde, war ich bei der Deutschen Telekom und war die ganze Zeit dort im Bereich Technologie und Innovation unterwegs. Und von den Themen bin ich jetzt zumindest ähnlich unterwegs im Bundestag. Ich kümmere mich nämlich für die SPD um alle Themen rund um Digitalisierung und Innovation im Gesundheitsbereich. Telekom und Digital leuchtet ein, aber warum Gesundheit? Ja, das haben sich so einige gefragt, aber es gibt verschiedene Verbindungen. Ich habe vor mittlerweile fast elf Jahren zusammen mit zwei weiteren Gründerinnen die Sanabene gegründet. Wir machen ambulante Intensivpflege. Das heißt, wir kümmern uns um Menschen, die unhalber krank sind, die rund um die Uhr auf fachkundige Unterstützung und Beatmungsmaschinen angewiesen sind. Und diesen Pflegedienst haben wir zu dritt gegründet, aufgebaut und den gibt es auch immer noch. Das ist zumindest meine persönliche Verbindung in den Bereich Gesundheit und Pflege. Und was man da zusätzlich sehen kann, ist, dass es gerade aus meiner Sicht im Gesundheitsbereich einen großen Nachholbedarf in Sachen Digitalisierung gibt. Da liegen noch viele Potenziale, die wir heben können. Absolut, sind wir uns einig. Wie erleben Sie die Arbeit jetzt immer noch als junger Abgeordneter? Auf das Wild sind Sie nicht eingegangen, aber wie erleben Sie die Arbeit in politischem Berlin? Sie ist auf jeden Fall sehr spannend. Sie ist anstrengend und ich muss sagen, sie macht mir auch total viel Spaß. Ich bin auf das Wilde nicht eingegangen, weil ich mich so zumindest nicht beschreiben würde. Ich glaube, man braucht eine gewisse Motivation, Dinge hartnäckig voranzutreiben. Weil ich habe das Gefühl, dass bei der Telekom haben viele Dinge schon lange gedauert und waren schwierig. In der Politik ist es einfach nochmal eine Nummer härter und langwieriger. Und deshalb glaube ich, braucht man schon einen inneren Antrieb, eine wirkliche Lust, Dinge zu verändern, damit man am Ende auch was gewuppt kriegt. Die habe ich aber und mich motiviert es, dass ich jeden Tag mit sehr interessanten Menschen zu tun habe, viel dazulerne, jede Woche und dass ich den Eindruck habe, wir können auch wirklich was zum Positiven verändern. Sie sind in den Ausschüssen Digitalisierung und Gesundheit. Gesundheit, glaube ich, stellvertretender Vorsitzender. Genau. Was können Sie verändern? Einiges. Macht ja eine Regierungskommission, hat ja jetzt eigentlich den Aufschlag gemacht. Zur Krankenhausreform kommen wir später noch. Absolut. Was können wir verändern? Ich gebe Ihnen zwei Beispiele, wo wir jetzt aktuell daran arbeiten und wo ich davon ausgehe, dass wir in wenigen Monaten neue Gesetze bekommen. Das erste Thema ist die digitale Patientenakte. Die digitale Patientenakte haben wir in Deutschland schon seit rund 20 Jahren, aber leider nur auf dem Papier. Denn für die allermeisten Menschen in Deutschland hat diese digitale Patientenakte noch keinen alltäglichen Nutzen gebracht. Sie ist, muss ich leider sagen, ein Rohrkrepierer. Und deshalb müssen wir die digitale Patientenakte noch mal auf neue Füße stellen, sodass alle was davon haben. Also Reset. Ein Reset brauchen wir absolut. Denn am Ende wollen wir doch zwei Dinge damit erreichen. Das eine ist, wir wollen für alle Patientinnen und Patienten, dass ihre Behandlung besser wird, individueller, dass Doppeluntersuchungen vermieden werden, dass schneller erkannt wird, wenn es negative Wechselwirkungen von Medikamenten gibt. All das sind Dinge, wo eine Patientenakte helfen kann. Warum hat es in den letzten 15 Jahren nicht funktioniert? Das hat unterschiedliche Gründe aus meiner Sicht. Ein Grund ist, dass im Gesundheitswesen sehr starke Akteure, Institutionen mit unterschiedlichen Interessen wirken. Und es gab über Jahre hinweg Institutionen in diesem Bereich, die sich gegenseitig blockiert haben, die auch ganz aktiv gegen die Digitalisierung gearbeitet haben. Und das können wir uns nicht mehr erlauben. Wir müssen am Ende alle verstehen, dass wir Digitalisierung brauchen, um Probleme zu lösen. Das ist ein Grund. Habe ich anders wahrgenommen? Also es gibt ja immer die klassischen Gruppen, die Krankenhäuser wollen was anderes als die KV. Beide wollen was anderes als die Krankenkassen und so weiter. Bei Digitalisierung habe ich das so nicht wahrgenommen. Es hat sich in den letzten ein, zwei Jahren da was getan. Davor war es aber schon so, dass es beispielsweise in der Gematik, das ist die Agentur, die sich eigentlich um die großen Digitalprojekte im Gesundheitswesen kümmert. Dort gibt es eine Gesellschafterversammlung. Dort sitzen alle wichtigen Akteure mit am Tisch, wie die Krankenkassen, die Ärztinnen, das Gesundheitsministerium. Und dort ging es über Jahre nicht voran. Und das hat sich erst aufgelöst, als das Gesundheitsministerium gesagt hat, wir nehmen jetzt die Mehrheit in dieser Gesellschaft an uns und regieren hierdurch. Also es gab da Blockaden, die waren nicht an allem schuld, aber die gab es. Die sind ein Stück weit aufgelöst worden. Jetzt sind wir voll im Schwerpunkt des heutigen Podcasts Digitalisierung. Glauben Sie, das KHZG hat den Durchbruch gebracht? Das KHZG löst nicht alle Probleme im Bereich Digitalisierung. Es ist aber ein richtiger und wichtiger Baustein. Und zwar geht es darum, dass wir die Krankenhäuser dabei unterstützen, erst mal ihre eigenen Prozesse, ihre eigene Arbeitsweise dort, wo es sinnvoll ist, zu digitalisieren. Denn wenn ich heute in ein Krankenhaus gehe, dann habe ich manchmal die Situation, dass ich als Patient da reingehe, fülle das erste Formular aus. Dieses Formular wird von einem Mitarbeiter in einen PC eingegeben. Und dann gehe ich zwei Stunden später in eine andere Abteilung in dem Krankenhaus und muss genau das Gleiche nochmal machen. Ich sehe, Sie waren noch nicht in unseren Kliniken. So. Bei uns ist das digital. Dann lobe ich Sie dafür schon mal. Also es geht erst mal darum, die Basics zu machen in den Krankenhäusern. Und das KHZG hilft, allen Kliniken Geld dafür zu geben, ihre Prozesse zu digitalisieren und damit im Übrigen auch das Personal zu entlasten, Patientinnen und Patienten besseren Service bieten zu können und damit am Ende auch Effizienzen zu heben. Das heißt, das hilft schon mal. Es ist aber auch nicht die Lösung für alles. Wissen Sie, wie viel eine Schwester an Dokumentationsarbeit erbringt in Prozent ihrer Tätigkeit? Ich kenne Werte, die sind von Gerald Gast, dem Chef der DKG. Und er sagt mir, es sind rund 20 bis 30 Prozent, was ich für schockierend halte. Sind es bei den Ärzten, bei den Schwestern sind es bis zu 40 Prozent? Noch schlimmer. Da liegt, ich glaube, da sind wir uns auch einig, da liegt die Ressource, die es zu heben gilt, um auch das System besser und effizienter zu machen. Sie sind jetzt im Bereich Digitalisierung der Berichtserstatter oder für eHealth. Reisen viel, waren in Schweden unter anderem. Ich glaube, Sie waren in Frankreich oder fahren nach Frankreich, um sich die Systeme anzugucken. Worauf zielt die Aufgabe ab? Gilt es jetzt, die Systeme zu kopieren oder die Mehrwerte zu identifizieren und ins deutsche System zu betragen? Achtung, Fangfrage, danach kommt, was bringen Sie in den Gesundheitsausschuss? Aber worauf zielt es ab? Genau, also es sind für mich ganz konkret zwei Dinge. Erstens zu lernen, tatsächlich erst mal zu schauen, welche positiven Beispiele gibt es. Und zweitens daraus Schlüsse zu ziehen, was können wir uns in Deutschland davon abschauen. Wir können, glaube ich, nie etwas eins zu eins kopieren. Dafür sind die Systeme und die Gesellschaften zu unterschiedlich. Aber konkrete Dinge kann man sich anschauen als erst mal ein gutes Beispiel und dann überlegen, was davon können wir bei uns nutzen. Das ist meine Aufgabe. Jetzt waren ja schon sehr, sehr viele Politiker in Dänemark. Ich glaube, da haben wir schon irgendwie ganz große Reiserebatte. Da haben sich das dänische System angeguckt und die Mehrwerte versucht zu kopieren. In Schweden waren auch schon viele. Was haben Sie aus Schweden mitgenommen als Mehrwert? Ja, ich habe mehrere Sachen mitgenommen. Ich würde gerne auf drei Beispiele eingehen. Das erste Beispiel ist einfacher Zugang zu, ich nenne es jetzt mal Gesundheitsunterstützung. Was meine ich damit? In Deutschland ist es so, wir gehen durchschnittlich 17 Mal im Jahr zum Arzt. 17 Mal. Wissen Sie, wie oft ein Schwede in der Region Stockholm im Jahr zum Arzt geht? Könnte ich sagen, kommt immer auf den Weg an zum nächsten Angebot. Aber in Deutschland ist die Frequenz so hoch natürlich auch wegen der Angebotsvielfalt. Das ist übrigens eines der großen Vorteile im GKV-System, einfacher Zugang zum System und zur Gesundheitsversorgung. Ja, also ich beantworte die Frage selbst. Also in Schweden, in der Region Stockholm, wo die Anzahl der Arztbesuche noch höher ist als in den ländlichen Provinzen, gehen die Menschen siebenmal zum Arzt. Also deutlich weniger. Und die Schweden sterben aber im Durchschnitt auch nicht früher als die Deutschen. Sie sind auch nicht ungesünder. Es gibt Leute, die behaupten sogar das Gegenteil. Worauf will ich hinaus? Die Schweden müssen oft gar nicht zum Arzt, weil sie nämlich ganz tolle Möglichkeiten haben, wenn sie ein gesundheitliches Anliegen haben, zum Beispiel eine sehr gute Hotline erst mal anzurufen. Wo Fachkräfte am Hörer sitzen, die sind nicht unbedingt Ärztinnen und Ärzte. Die helfen schon in vielen Fällen. Und das Zweite, was die Schwedinnen und Schweden auch haben, ist, sie haben ein tolles Online-Angebot, wo sie sich direkt Hilfe holen können, wo sie auch Chats mit Fachkräften machen können, wo sie am Ende dann auch Videosprechstunden buchen können. Und die Zahlen, die für mich super überzeugend sind, ist, dass rund 30 Prozent der Anliegen, mit denen sich Schwedinnen und Schweden an ihr Gesundheitssystem wenden, schon geklärt werden können, bevor die Menschen überhaupt einen Arzt oder eine Ärztin sehen müssen. Und deswegen ist Kryhölz als schwedisches Unternehmen auch mit diesen digitalen Angeboten nach Deutschland gegangen und hat jetzt seine Angebote wieder eingestellt. So, woran liegt es denn? Das auch wiederum liegt an verschiedenen Dingen. Denn das Geschäftsmodell, mit dem Kryhöl nach Deutschland gekommen ist, war ein komplett anderes als das, mit dem sie in Schweden tätig waren. Und der zweite Grund ist, dass natürlich auch das deutsche System ganz anders aufgestellt ist als in Schweden. Was an Kryhöl gut ist, wie es in Schweden funktioniert, ist, dass sie dort mittlerweile ein hybrider Anbieter sind. Hybrider Anbieter bedeutet, sie bieten medizinische Leistungen online an, über das Smartphone, über Portale, aber auch vor Ort in Gesundheitszentren, die im Übrigen auch teilweise ganz tolle Öffnungszeiten haben. Also ich war in einem Kryhöl-Gesundheitszentrum, die haben die ganze Woche auf. Da kann ich sogar samstags oder sonntags hingehen. Und die schaffen es... Am Krankenhaus in Deutschland auch. Bitte? Im Krankenhaus auch, aber nicht in einem MVZ oder in einer Primärversorgungseinrichtung, um es mal zu sagen. Am Krankenhaus mit angebundenem MVZ auch? Ja. Das heißt 24-7. Ich gebe Ihnen recht, aber es ist nicht in der Breite so. So, und um nochmal bei Kryhöl zu bleiben, was Sie tatsächlich gut machen. Sie versuchen, Ihre Patientinnen und Patienten gut zu betreuen. Und zwar so, wie es für die Menschen auch am einfachsten und bequemsten ist. Viele Dinge können geklärt werden, wenn der Patient die Patientin zu Hause auf dem Sofa sitzt, sich gar nicht ins Auto hocken muss, um irgendwo hinzukommen, sondern es wird dann remote, aus der Ferne Hilfestellung gegeben. Es wird eine Versorgung geschaffen, die in vielen, vielen Fällen schon ausreicht, ohne dass irgendjemand in der Praxis muss. Können wir in Deutschland auch. Beispiel Samedi, Videokonsile, Online-Terminierung. Sie kennen aber auch das Problem, dass in Deutschland diese Dinge nicht abbrechenbar sind, so wie das System, wenn es skaliert ist. Und dass wir immer noch das Thema haben, physische Erstuntersuchungen in vielen Bereichen vor der weiteren Behandlung telemedizinisch. Haken Sie es für einen Fehler? Ich rede gern über das, was möglich ist. Ich finde, Ihr entscheidender Satz war, wir können das in Deutschland auch. Und das ist absolut richtig. Wir haben in Deutschland überhaupt kein Know-how-Problem. Wir haben die Technologie hier, wir haben gute Leute hier, wir müssen es nur machen. Und an vielen Stellen hängt es einfach damit zusammen, dass die Abrechenbarkeit oder die Art, wie unser System gesteuert ist, die innovativen, guten Dinge in der Breite noch nicht zulässt. Und daran müssen wir arbeiten, damit wir diese Angebote, die es für die Menschen einfacher macht, auch wirklich in die Fläche bekommen. Tut es Ihnen persönlich weh, dass in Deutschland Ärzte für das Faxen immer noch eine Gebührenziffer abbrechen können? Es ist unfassbar, aber es ist leider die Realität. Um Ihnen nur mal eine Anekdote zu erzählen, ich habe dauernd mit solchen Geschichten zu tun. Gestern Abend habe ich mich mit jungen Abgeordneten, mit dem ukrainischen Botschafter hier getroffen. Und wir haben ihn gefragt, welches Feedback bekommen Sie denn von Ihren Landsleuten, die hier in Deutschland als Geflüchtete aufgenommen werden? Wo gibt es Sachen, die wir besser machen können? Und er sagte, hey Leute, ich habe eigentlich ein richtig super Feedback für euch. Die Leute sind super happy, dass sich die Deutschen so gut kümmern. Aber wenn ich wirklich ein Thema habe, wo ich dauernd Beschwerden bekomme, ist, dass die Leute sagen, wir kommen mit diesem ganzen Papier und den Formularen nicht klar. Könnt ihr uns mal bitte zeigen, wo die App ist, dass ich die Sachen vom Amt regeln kann? Das sagen die ukrainischen Menschen, die zu uns kommen. Und wie gesagt, solche Geschichten hätte ich noch mehr. Das fuchst mich, aber es spornt mich auch an, dass wir es jetzt endlich mal hinkriegen, diese Dinge Schritt für Schritt voranzubringen. Ich gebe Ihnen da völlig recht. Und die Digitalisierung ist nicht nur auf dem Vormarsch, würde ich sagen, sondern wir haben halt zehn Jahre Rückstand. Das erkennt auch, glaube ich, jeder. Und die Fehlallokation der Mittel, die wir in diesem System haben, also insbesondere Digitalisierung und Gesundheitssystem, die ist immens. Da sind wir uns auch einig. Warum macht der Kanzler es nicht zur Chefsache? Hat er auch bei der Bundeswehr auch? Ja, zwei Sachen dazu. Also erstens, der Bundeskanzler kann nicht alles zur Chefsache machen. Der Bundeskanzler hat jetzt schon einiges zu tun. Also nicht die Priorität. Das stimmt nicht. Der Kanzler kann nicht alles alleine machen. Das ist im Übrigen bei Asklepius wahrscheinlich ähnlich, dass auch dort der Chef der Firma sich nicht um jedes einzelne Thema kümmert. Schön wär's. Schön wär's, genau. Deshalb hat er ein gutes Team und deshalb hat sich unser Bundeskanzler einen hochkarätigen Gesundheitsminister ins Boot geholt, der auch bei jeder Gelegenheit in der Fraktion sagt, Leute, ich bin hier nicht nur der Gesundheitsminister, ich bin auch der Digitalminister. So, und das Zweite ist bezüglich Priorität. Im Kanzleramt, Wolfgang Schmidt wird schon genau drauf geschaut, wie wir mit den Digitalthemen stehen. Das steht zwar nicht jeder jeden Tag in der Presse, aber das ist ein hartes Anliegen, was die gesamte Bundesregierung als Priorität hat. Und deshalb im Übrigen haben wir auch für dieses Halbjahr zwei große Digitalgesetze im Bereich Gesundheit auf der Agenda. Ja, aber der Gesundheitsminister holt sich ja Experten in der Kommission. Also ich sage immer, wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis. Das Besondere bei Herrn Lauterbach ist, er hat sich Experten geholt, bei denen er sagt, das sind alles keine Lobbyisten, weil die möchte er gerne nicht haben. Also keine Verbände, keine Krankenhausgesellschaft, keine Krankenkassen und Co. Richtig oder falsch? Ich halte es grundsätzlich gut, wenn man sich Leute mit Sachverstand in sein Team holt. Und beim Thema Digitalisierung hat Karl Lauterbach im Ministerium Führungspositionen neu besetzt mit richtig tollen Leuten, die sich auskennen, die sehr sach- und lösungsorientiert unterwegs sind. Das ist sehr gut. Bei der Krankenhauskommission, auch dort war es so, dass sich Karl Lauterbach Sachverstand geholt hat. Und was meint er damit? Er will sich keine Lobbyisten holen. Ja, also Sie sind ja auch ein klassischer Lobbyist. Ich habe auch mit vielen... Sie sind auch Lobbyist. Ich bin auch Lobbyist, genau. Für die gute Sache. Für Ihre Überzeugung. Absolut. So ist es. Und worauf man achten muss, und das habe ich auch extrem gemerkt, schon die ersten Monate im Gesundheitsausschuss ist, es ist extrem schwierig, Leute zu finden, die Ahnung haben und wo man sich darauf verlassen kann, sie geben ein Urteil ab oder eine Meinung, die im Interesse des Allgemeinwohls ist. Denn das Gesundheitssystem ist immer noch mit so viel Geld versehen, mit so viel Geld, was da verdient werden kann, dass es extrem starke Individualinteressen gibt, die auch massiv an uns Politiker herangetragen werden. Und deshalb ist es schwierig, sich selbst auch tatsächlich überhaupt eine Meinung zu bilden, ein Faktenfundament zu bilden, um Entscheidungen zu treffen. Deshalb ist immer die Auswahl der Menschen, mit denen man solche Kommissionen besetzt, schwierig. Jetzt fange ich mal an mit Herrn Professor Busse. Der vertritt traditionell die Interessen der Krankenkassen. Dann ist da Frau Heske-Seeberg von der SANA, meinem Kollegen Demke, die vertritt klassisch Krankenhausinteressen. Ist das gelungen oder ist das nicht gelungen? Ich denke, das, was die Kommission vorgelegt hat, ist ein sehr gutes Eckpunktepapier. Da steigen wir gleich nochmal ein. Aber einfach diese Kommissionsarbeit, ist das dann so gelungen? Genau. Das würde ich noch fertig machen. Ich glaube, das Ergebnis spricht für sich. Es ist gut. Und deshalb, glaube ich, war auch die Kommissionsarbeit wertvoll. Hat die Kommission jetzt die Breite der Gesellschaft und des Gesundheitswesens abgebildet? Nein, das hat es nicht. Es gab auch an der Zusammensetzung der Kommission Kritik. Die war an Stellen sicher auch berechtigt. Und mir persönlich und auch meinen Kolleginnen und Kollegen aus der SPD ist es wichtig, dass wir jetzt auf dem Prozess, bis wir ein Gesetz haben, bis es in die Umsetzung geht, nochmal breiter die Akteurinnen und Akteure aus dem System beteiligen und mitnehmen. Denn am Ende geht es auch nicht nur darum, das beste Fachwissen für ein gutes Konzept zu bekommen, sondern auch die Akteurinnen und Akteure hinter einem gemeinsamen Reformvorschlag zu versammeln. Denn umsetzen müssen wir es gemeinsam. Und nur so kann es gelingen. Würden Sie sich so eine Kommission wünschen für das Thema Digitalisierung? Also ich meine, Telekom, ein guter Partner, ich würde mir tausend Sachen einfallen von Cloud, Cloud-Lösungen, was die Basis sein könnte. Würden Sie sich so etwas vorstellen oder in dem Bereich eher nicht? Beim Thema Digitalisierung sind wir im Moment in zwei Arbeitssträngen unterwegs. Und in beiden Arbeitssträngen haben wir, glaube ich, passende Arbeitsmodi gefunden. Der eine Arbeitsstrang, das ist die Strategieentwicklung. Und der zweite Arbeitsstrang ist, dass wir konkrete Projekte auf die Straße bringen. Um beim ersten Mal zu bleiben, beim Strategieprozess, da hat die aktuelle Regierung und das Team aus dem Ministerium einen Paradigmenwechsel eingeführt. Bei Jens Spahn vorher hat man sagen können, okay, Digitalisierung hat da Druck gemacht, aber er ist ein bisschen auch mit der Brechstange vorangegangen. Vielleicht hat das Thema Druck ein Stück weit zu weit gedreht. Dass er aber Priorität auf Digitalisierung gegeben hat, war gut. Jetzt haben wir gesagt, wir machen einen offenen, partizipativen Prozess. Das Ministerium hat die verschiedenen Institutionen, Expertinnen, Experten, Akteure eingeladen, sich in diesem Strategieprozess zu beteiligen. Es gibt verschiedene Phasen, wo Feedback mit eingearbeitet wird. Es ist also ein gemeinsamer Arbeitsweg, um eine langfristige Strategie für die Digitalisierung im Gesundheitswesen zu erarbeiten. Das ist ein guter Modus. Ich kenne einige derer, die da waren, die waren auch da, die sagen, nicht wirklich hilfreich aufgesetzt. Warum? Meine feste Überzeugung, Politik muss die Standards definieren. Das heißt, Politik müsste eigentlich sagen, was geht und nicht den Datenschützern am Ende überlassen, dass es nicht geht. Also bisher macht die Wirtschaft Vorschläge, wie es gehen könnte und der Datenschutz kassiert es letztlich. Das ist ja auch, glaube ich, Ihre Erfahrung, warum geht es in Frankreich oder in anderen Ländern, warum geht es in Deutschland nicht. Es ist das gleiche EU-Datenschutz-Grundverordnung, was ich immer nicht verstehen will. Aber ich glaube, am Ende muss die Politik sagen, was geht, was ist der Standard, mit dem wir haben. Standard setzen muss die Politik, da gebe ich Ihnen absolut recht. Wenn es aber um eine Strategie geht und das ist ein gestalterischer Prozess, wie stelle ich mir ein System in einigen Jahren vor, bin ich davon überzeugt, dass wir es gemeinsam machen müssen. Da habe ich sehr gute Erfahrungen auch in der Privatwirtschaft gemacht und ich habe ein gutes Gefühl, dass es der passende Prozess ist. Die Standards setzen müssen wir an anderer Stelle. Und das bringt mich auf den zweiten Arbeitsstrang, wo es um konkrete Projekte geht. Wir haben nämlich ein paar Themen, da müssen wir uns keine neue Strategie ausdenken. Da wissen wir einfach, die müssen wir jetzt mal machen, wie die digitale Patientenakte. Nehmen wir das E-Rezept. Das E-Rezept gehört da auch dazu. Warum nehmen wir nicht einfach die Lösung, die in anderen europäischen Ländern wieder mit gleicher Datenschutz-Grundverordnung funktioniert? Das ist eine sehr gute Frage, die stelle ich auch häufig. Und im Übrigen, sie hat mich... Kommen wir uns zusammen. Absolut. Sie hat mich ja vorhin gefragt, was ist denn schiefgelaufen? Ich hatte Ihnen gesagt, es gab ein paar Blockierer. Und das Zweite, was schiefgelaufen ist, ist bei vielen verschiedenen Sachen, dass wir immer die deutsche Goldrandlösung wollen. Was ist die deutsche Goldrandlösung? Ich sage, das ist im Gesundheitswesen wie bei der Bundeswehr. Fünffache Sicherheit. Bitte? Fünffache Sicherheit. Fünffache Sicherheit. Und es gibt Sachen, die funktionieren im Ausland. Flugzeuge, Panzer, Schiffe. Manchmal könnten wir die einfach bestellen oder wegen ihren Nachbauen kopieren. Aber nein, wir sind die Deutschen. Wir wissen es nochmal besser. Wir machen nochmal drei Jahre länger ein Konzept. Wir schreiben nochmal 100 Seiten. Und wenn wir an dem Punkt sind, dass diese 100 Seiten umgesetzt werden können, hat sich die Welt schon mal fünf Jahre weiter gedreht. Das Ganze ist nicht mehr zeitgemäß. Es ist komplizierter und teurer, als es hätte sein müssen. Deshalb sage ich auch, wir müssen nicht immer das Rad neu erfinden. Lasst uns links und rechts gucken und manchmal Dinge übernehmen oder kopieren. Wie machen die Schweden das E-Rezept? Was kann ich tun, damit wir beide zusammen die schwedische Lösung in Deutschland hinbekommen? Also die schwedische Lösung beim E-Rezept, die werden wir so nicht hinbekommen, weil die deutsche Umsetzung des E-Rezepts schon so weit ist, dass wir hier schauen müssen, dass wir sie so praktikabel und einfach weiterentwickeln, dass sie funktioniert. Ich glaube, wir beide waren zusammen beim Gesundheitswirtschaftskongress und haben Herrn Leik-Deacon gehört, wie er relativ plastisch geschildert hat, die App wird so nicht funktionieren und die Wege, die die Gematik im Moment vorgesehen hat, die wird so nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie einen Ausweg haben. Also alle wollen irgendwo das E-Rezept haben. Vielleicht die eine oder andere KV mal außen vor genommen. Aber eigentlich wollen es alle haben und eigentlich haben alle auch den einheitlichen Drang, nicht nur zu einer App-Lösung, sondern einfach das Datenschutzproblem lösen zu wollen. Es kann doch nicht sein, dass ein ganzes Land es will. Es wollen alle, aber wir kriegen es am Ende nicht auf die Straße. Ja, also wenn Sie konkret auf den Datenschutz anspielen, da gab es und gibt es ja Diskussionen zwischen der Gematik und dem Bundesdatenschutzbeauftragten, wo es darum geht, wie können beispielsweise Versicherte sich identifizieren, wenn sie in die Apotheke gehen und ihr Rezept einlösen wollen und Medikamente mitnehmen wollen. Und ohne jetzt in die technischen Details abzutauchen wollen, brauchen wir auch, glaube ich, hier einen neuen Arbeitsmodus. Es ist in den letzten Jahren oft so gelaufen, dass sich die Gematik und der Bundesdatenschutzbeauftragte und andere auf offener Bühne gestritten haben und aus meiner Sicht sich auch gegenseitig blockiert haben. Und deshalb haben wir jetzt auch in der Ampel gesagt, wir brauchen ein anderes Verständnis, wie wir zusammenarbeiten. Es ist keinem geholfen, wenn der eine und der andere jeweils auf ihren Positionen beharren und nichts vorangeht. Diese Leute, dazu gehören der Datenschutz, die Gematik, auch das BSI im Übrigen, müssen sich an einen Tisch setzen mit dem BMG und gemeinsam getragene Lösungen erarbeiten. Das muss möglich sein. Das sind alles hochbezahlte Leute, von denen die Menschen erwarten, dass sie sich nicht in der Presse streiten, sondern hinsetzen, arbeiten, abliefern. Und das verlangen wir von denen. Nicht mehr, nicht weniger. Ist es nicht an der Stelle wieder Aufgabe, Politik, das dann nicht nur zu verlangen, sondern auch zu erzwingen? Absolut. Was meinen Sie, was ich den ganzen Tag mache? Gut. Welche Top-3-Ziele im Bereich Digitalisierung, um den Block einmal abzuschließen, würden Sie sich vornehmen für diese Legislaturperiode? Ja. Ich habe mir tatsächlich drei Dinge vorgenommen. Das erste ist, dass wir die digitale Patientenakte so hinbekommen, dass sie in der Breite Nutzen bringt. Und in der Breite heißt, konkrete Verbesserungen für die Patientinnen und Patienten und konkrete Arbeitserleichterungen für die Menschen, die in Medizin und Pflege arbeiten. Das ist Ziel eins. Ziel zwei ist, dass wir beim Thema Forschung vorankommen. Wir wollen, dass in Deutschland wieder mehr Forschung rund um Medikamente, Therapien, Behandlung stattfinden kann, in dem ein besserer, breiterer Zugang zu Daten möglich wird. Dass wir zum Wohle der Menschen Daten in anonymisierter Form auch verknüpfen können. Dass wir sie schneller, unbürokratischer, mit einheitlichen, klaren Regeln zur Verfügung stellen, damit auch den Forschungsstandort Deutschland stützen. Damit scheidet eine PDF-Patientenaktische Maus. Ja, wir brauchen eine gewisse Absolut-Standardisierung auch dort. Und um das dritte Ziel noch beizufügen, dass wir Schritt für Schritt die Rahmenbedingungen unseres Gesundheitssystems, und dazu gehört auch, wie Dinge ihren Weg in Leistungskataloge finden, wie sie abrechnen, innovationsfreundlicher gestaltet werden. Denn ich sage es nochmal, wir haben tolle Innovationen, tolle Leute in Deutschland. Es gibt ganz viele tolle Pilotprojekte. Nur wir müssen schauen, wie ebnen wir Wege, dass die von dem kleinen Projekt in die Breite der Versorgung kommen können, ohne dass diese Dinger irgendwie unterwegs verloren gehen oder absterben. Dafür müssen wir die Rahmenbedingungen setzen. Das sind meine drei Ziele. Hört sich gut an. Bei Rahmenbedingungen können wir einmal Themenwechsel machen. Harter Cut zum Thema Gesundheitsreform oder Krankenhausreform besser gesagt. Karl Lauterbach sagt, es ist eine Revolution. Revolutionen, würden Sie es auch sagen? Ich mag den Begriff nicht so, weil bei Revolutionen muss ich erstmal an Leute denken, die am Galgen hängen oder die unter der Guillotine landen. Und das passt nicht zu dieser Reform. Für mich ist das, was wir planen, eine Neuaufstellung unserer Gesundheitsversorgung, um sie fit zu machen für die Zukunft. Denn was für mich klar ist, so wie wir im Moment unterwegs sind, wird es in zehn Jahren nicht mehr funktionieren. Warum ist es so? Wir ächzen ja jetzt schon unter den Belastungen. Viele Menschen, die in der Pflege, die in Gesundheit arbeiten, sind überlastet. Wir haben viele Kliniken, die rote Zahlen schreiben. Wir haben Menschen, die unzufrieden sind, weil sie zu lange auf einen Arzttermin warten müssen. Das heißt, wir müssen strukturell an dieses System, wir müssen Dinge neu machen, damit wir auch in zehn Jahren sagen können, wir kommen auch mit weniger Fachkräften klar. Wir schaffen es, neue Medikamente, neue Behandlungsmethoden zu finanzieren und gleichzeitig eine Qualität zu liefern, mit denen die Menschen zufrieden sind. Jetzt gibt Karl Lauterbach der Reform gar keine zehn Jahre, sondern nur fünf Jahre. Deswegen nehme ich mal die fünf Jahre. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft sagt, wenn das so kommt, dann sind von 1700 Krankenhäusern nur noch 500 sicher. Das heißt, der Rest ist tot. Ja, diese Zahl hat mir Gerhard Gass vor ein paar Tagen auch schon gesagt. Und da muss ich erst mal sagen, dass es unseriös ist, mit solchen Zahlen zu hantieren zum aktuellen Zeitpunkt. Warum ist es unseriös und deshalb auch Panikmache? Weil die Reform, die wir im Moment diskutieren, die liegt doch im Moment noch gar nicht fertig vor. Das Einzige, was wir haben, sind Eckpunkte. Die sind ausmaßig gut, sie sind aber noch bei weitem nicht ausgestaltet. Wir müssen noch so viele Dinge erledigen, gemeinsam auch mit den Akteurinnen im Gesundheitssystem und mit den Ländern, dass eine solche Prognose einfach unseriös ist. Also für unsere Zuhörer müssen wir einmal erklären, die Reform hat zwei wesentliche Punkte. Die Einteilung der Krankenhäuser in Level und die Zuteilung von Leistungsgruppen zu den jeweiligen Leveln. Wir gehen mal beides an. Bei den Leveln werden viele der Häuser in Level 1 eingerichtet oder einsortiert. Level 1 ist nochmal unterteilt in zwei Bereiche. I, ich sage mal für Icarus, das sind die, die verbrennen. Und nein, für interdisziplinär, aber das andere macht es plastischer. Und N für Notfallhäuser. Die Level 1 e-Häuser, also wir haben einmal auch, so wie die DKG das gemacht hat, alle Häuser natürlich durchgelevelt. In welchem Bereich nimmt eigentlich welches Haus dann Platz oder erfüllt welche Kriterien. Und bei den Level 1 e-Häusern sieht die Kommission vor, dass diese keine Krankenhäuser mehr sind. Das heißt, die sind nicht unter einer ärztlichen Leitung. Also in jeder Reha-Klinik in Deutschland muss ein Arzt vorhanden sein. Die werden quasi pflegerisch geführt. Sie haben keinen Zugriff mehr auf die DRGs, werden nicht mehr in den Landeskrankenhausplänen geführt. Das heißt, sie sind keine Krankenhäuser mehr, sondern sie sind mehr ambulante Einrichtungen, weil sie stationäre waren, müssten aber noch eine Übernachtungsmöglichkeit bieten, werden aber auch nicht mehr so finanziert wie richtige Krankenhäuser. Das heißt, haben oder partizipieren weder an der geplanten Vorhaltefinanzierung noch an den anderen klassischen Instrumenten. Diese Häuser sind im Grunde genommen, wenn Sie mal eine Krankenhausimmobilie, Sie haben eben erklärt, waren ja auch schon häufiger in den Kliniken, wenn Sie eine Krankenhausimmobilie sich vorstellen, die lässt sich davon nicht finanzieren. Wie glauben Sie, ist das den Menschen zu erklären, wenn sie in den Regionen, in der Fläche vor allem, das ist ein Flächenthema, ihr Krankenhaus verlieren? Ja, also ich würde es erst mal nicht so erklären wie Sie gerade. Denn Sie haben jetzt gerade sehr viele Namen und Technik und Mechanismen erklärt. Das war jetzt nichts Falsches dabei. Aber wenn ich erklären soll, worum geht es eigentlich? Es geht darum, dass wir in dieser Reform erst mal uns anschauen, was brauchen die Menschen vor Ort. Die Versorgung der Menschen steht im Vordergrund. Und dann müssen wir schauen, welche Art von Versorgung brauche ich denn, um Bevölkerung gute Angebote zu machen? Sind wir uns einig? Das ist doch schon mal prima. Genau das hat die Kommission aber nicht gemacht. Doch, das hat sie gemacht. Sie hat ein Konzept, ein Raster dafür vorgelegt. Und die Einordnung der verschiedenen Angebote, die wir brauchen, das müssen wir jetzt gemeinsam mit den Ländern Schritt für Schritt machen, damit es konkret vor Ort funktioniert. Und was ich einmal erklären will, ist, wir haben im Moment diese Zahl von 1.800, 1.900 klassischen Krankenhäusern, die wir in Deutschland haben. In Zukunft werden wir neue Formate haben. Wir werden neue Konzepte und Modelle haben. Und das ist das Gute dran. Denn diese neuen Modelle schaffen uns mehr Flexibilität, Angebote vor Ort zu machen. Und eins dieser neuen Modelle ist dieses sogenannte 1i, was Sie angesprochen haben, was ein Modell sein kann, was an vielen Stellen zum Tragen kommt in Deutschland, was nämlich eine integrierte, ambulant-stationäre Grundversorgung ist. Dort können wir den Menschen eine gute Kombination aus ärztlichen und pflegerischen Leistungen anbieten, gemeinsam mit einer Bettenstation, wo es möglich ist, dass ambulante Eingriffe vorgenommen werden, wo eine Art Nachsorge stattfinden kann, wo Risikopatienten auch mehrere Tage bleiben können. Und das ist ein inhaltlich gutes Angebot, was wir an vielen Stellen nutzen können, was auch ein Stück weit flexibler ist als ein klassisches Krankenhaus. Und deshalb bin ich der Meinung, sollten wir darüber reden, welche Angebote wir vor Ort machen, die am Ende auch die gute Gesundheitsversorgung liefern. Da gibt es ja unterschiedliche Auffassungen. Ich glaube persönlich nicht, dass diese Krankenhäuser, die keine mehr sind, weil sie nicht mehr eine ärztliche Besetzung voraussetzen. Also es muss kein Arzt in Nacht da sein. Und deswegen würde ich als Patient auch nicht im geringsten auf die Idee kommen, in ein solches Krankenhaus zu gehen, wenn ich nachts irgendwo ein Thema habe. Diese Häuser sind unseres Erachtens nicht mehr finanzierbar. Es ist auch die Kritik der DKG, es ist übrigens auch die Kritik der Krankenkassen. Da sind wir uns auch mal einig, dass dieses Level 1i-Thema ein Problem ist. Die Kommission hat es ja eben so gemacht, dass sie gesagt hat, da sind Kriterien, an denen ich ein Krankenhaus ranke oder level. Und diese Kriterien sind ja erstmal hart. Das heißt, wenn ein Krankenhaus keine Geburtshilfe hat, dann kann es kein Krankenhaus 2 oder 3 sein. Große Krankenhäuser wie unseres in Hamburg, St. Georg, älteste Krankenhaus der Stadt. Eines der größten der Stadt ist nur ein Level 1 Innenhaus dann, weil es keine Geburtshilfe hat. Sind diese Kriterien nicht so zu apokalyptisch? Sie sind nicht apokalyptisch und sie sind auch nicht messerscharf. An diesen Kriterien, die sind in einer Rohform, liegen die vor. Und die Ausgestaltung, die Konkretisierung, die liegt ja erst noch vor uns. Von daher muss da niemand davor Angst haben. Und am Ende, ich versuche es immer plastisch zu machen. Wir haben in unserem Systemoment gleichzeitig eine Unterversorgung und eine Überversorgung. Wir haben in ländlichen Regionen teilweise zu wenige Angebote. Dort kann es uns helfen, wenn wir flexiblere Modelle, wie eine integrierte ambulant-stationäre Versorgung haben, die man dort einfacher und besser aufbauen und anbieten kann als ein klassisches Krankenhaus. Das ist gut. Und auf der anderen Seite haben wir Überversorgung, wo wir in Ballungszentren in einem Umkreis von wenigen hundert Metern, dieses Beispiel gibt es allein in Rheinland-Pfalz, wo ich herkomme, mehrfach. Und wir sind ein kleines Bundesland. Wo wir innerhalb weniger hundert Meter große Kliniken haben, die teilweise genau das Gleiche anbieten, die sich gegenseitig hochrüsten, die sich gegenseitig knappes Personal abwerben. Und deshalb brauchen wir einen besseren Blick dafür, wie wir die Leistungen, Angebote vor Ort planen. Das ist das Thema Leistungsgruppe. Das ist das Thema Leistungsgruppe. Absolut. Und ich versuche zu erklären, wie wir eine Gestaltung von Angeboten machen, die auf der einen Seite Überversorgung, dort wo sie herrscht, abbaut und an anderen Stellen, wo wir zu wenig Angebote haben, neue Modelle mitbringt, um dort was anbieten zu können. Das ist der Kern des Ganzen. Und im Übrigen auch das, woraus die Menschen vor Ort ankommen, dass wir die passenden Angebote haben. Wie wir das dann am Ende bezeichnen, welchen Namen wir den Sachen geben, wie wir das in der technischen Abrechnung machen, das am Ende, das müssen wir geklärt kriegen. Aber wichtig ist die Angebote vor Ort. Naja, also das Level 1N oder 1I-Haus ist ein wesentlich ländliches Thema und kein Ballungszentren-Thema. Das heißt, diese großen Häuser, die Sie erwähnt haben, sind in der Regel keine 1I-Häuser. Und den Menschen vor Ort ist wichtig, dass sie ein Krankenhaus haben. Die Frage ist, haben wir zu viele Krankenhäuser? Sag ich ja. Ich gehe jetzt mal vor. Ich glaube, dass das schon ein Ressourcenproblem in Deutschland ist. Sie haben ganz am Anfang, glaube ich, auf Basis der OECD-Studie, Deutschland hat sehr, sehr hohe Kosten im Gesundheitswesen, eine geringe Effektivität und dabei hinten raus keinen messbaren Erfolg auf Lebenserwartung. Das ist auch richtig. Deswegen gibt es sicher zu viele Krankenhäuser. Den Schritt gehe ich mal ab. Ob der Weg einer solchen Reform oder wie die Kommission das jetzt vorgeschlagen hat, durch diese Kriterien eben Krankenhäuser aus dem echten Krankenhausstatus rauszunehmen und die quasi zu einer eher Pflegeeinrichtung zu machen, den stelle ich halt in Zweifel. Deswegen die konkrete Frage an Sie. Was glauben Sie, wie viele Kliniken haben wir denn zu viel oder wie viele müssten weg? Es gibt ja auch eine Bertelsmann-Studie dazu. Liegt die richtig, liegt die falsch? Ja. Ich habe ja vorhin gesagt, dass die Zahlen, die Gerald Gass im Moment nennt, unseriös sind. Und es wäre jetzt genauso unseriös, wenn ich Ihnen jetzt eine konkrete Zahl nennen würde. Denn in diesem Arbeitsschritt sind wir doch gar nicht. Wir sind im Moment noch drei Schritte vorne dran, wo wir sagen, wir brauchen erstmal ein Grundkonzept, das muss ausgestaltet werden. Und dann schauen wir, was das in jeder einzelnen Region bedeutet. Was ich Ihnen sagen kann ist, und das kommt auch wieder von Gerald Gass, wir haben in den Krankenhäusern selbst nach Corona nur eine Auslastung der Betten von zwei Dritteln. Zwei Drittel der Betten in Deutschland ganz grob sind ausgelastet. Wir hatten immer die Vermutung, dass während Corona die Auslastung der Häuser runtergeht und sich das nach der Pandemie ein Stück weit normalisiert. Diese Normalisierung ist nicht in dem Umfang eingetreten, wie erhofft. Und was wir eben nicht tun können, ist, dass wir auf Dauer Kapazitäten finanzieren, aufrechterhalten, die nicht genutzt werden. Können wir auch allein schon deshalb nicht, weil ja teilweise Kapazitäten deshalb nicht in Nutzung sind, weil das Personal gar nicht da ist. Das heißt, wir müssen uns alle Gedanken machen, wie wir es hinkriegen, mit dem Personal, was wir da haben, ohne Überlastung gut klarzukommen. Das heißt Strukturwandel. Und was ich mir im Übrigen auch wünschen würde, ist, ich finde es immer gut, Feedback zu Reformvorschlägen zu bekommen, was alles gut oder schlecht ist. Aber wenn man sagt, was nicht funktioniert, dann würde ich mir auch gerne hören, was würde denn funktionieren? Ich glaube, das mache ich gerne. Ich glaube, dass der Weg, wie Ihnen das Land Niedersachsen eingeschlagen hat, ein sehr, sehr guter und richtiger ist. Nämlich von unten auf den Kreisebenen mit den Trägern in die Diskussion zu geben, was wäre die notwendige Struktur oder was ist die richtige Struktur für den Kreis. Und dann, ich habe es am Anfang ja gesagt, ich bin gar kein Kritiker, dass ich sage, es müssen nicht Krankenhäuser weg. Wir haben sehr viele Krankenhäuser in Deutschland, die nicht notwendig sind für die Versorgung in der Region, auch in der Fläche. Also ich mache mal ein Beispiel Landkreis Harz. Habe ich vier, also Asclepius alleine vier Krankenhäuser in einem Landkreis. Eins haben wir zum 15. Januar selber zugemacht. Da brauchen wir auch Herrn Lauterbach nicht für, weil die Versorgung auch so sichergestellt ist. Jetzt kann man überlegen, was machen wir mit den restlichen drei? Braucht man die in dem Landkreis zur Sicherstellung der Versorgung? Aber ich glaube, die Diskussion muss von unten geführt werden. Und da ist Landeskrankenhausplanung, Ländersache, gar keine Frage. Es gibt Bundesländer, die machen das gut und richtig. Niedersachsen würde ich da ausdrücklich mal loben. Herr Laumann in Nordrhein-Westfalen hat ja eigentlich die meisten Krankenhäuser jetzt mal proportional betrachtet. Hat das etwas anders gemacht, hat das aber auch mit Leistungsgruppen verknüpft. Was aber jetzt zu einem ein bisschen absurden Wettbewerb führt, quasi Tauscheabteilungen auf Ebay gegen die andere. Das ist dann sicher nicht der richtige Weg. Aber die Diskussion, so wie sie gemacht wird, was brauche ich in dem Landkreis zur Sicherstellung und immer mit dem Fokus, ich habe dann eine Sicherstellung der ländlichen Versorgung, und das ist, glaube ich, der richtige Weg. Da kommt aber nicht diese, Entschuldigung, wenn ich sage, apokalyptische Einteilung in diese Level und in den Gruppen, weil ich dazu dann letztlich zum Gleichen komme. Ich habe 500 Kliniken weg, oder lassen Sie es 400 oder 600 sein, spielt dann auch gar keine Rolle. Aber ich habe diese Diskussion nicht geführt, und die reklamiere ich. Aber ehrlich gesagt liegen wir da überhaupt nicht auseinander. Denn das, was die Regierungskommission vorgelegt hat, ist eine Art Werkzeugkasten, mit denen ja jetzt nicht der Bund hingeht und allen Regionen und Bundesländern sagt, das sind eure Krankenhäuser, wie sie auszusehen haben, sondern dieser Werkzeugkasten muss jetzt gemeinsam zur Anwendung kommen. Und da sind natürlich die Länder gefordert, zusammen mit ihren Kommunalverantwortlichen zu schauen, wie sieht es in den Regionen aus und wie richten wir uns nach diesen neuen Modellen, die wir haben, so ein, dass es für uns vor Ort funktioniert. Genau das folgt ja jetzt in den nächsten Schritten, um diese Planung zu machen. Und wenn ich da noch einen Satz sagen kann, Sie haben gerade Positivbeispiele für eine aktive, vorausschauende, gestalterische Krankenhausplanung in den Ländern gemacht. Es gibt aber auch zahlreiche Länder, in denen war die Krankenhausplanung in den letzten Jahren mehr eine, ich nenne es mal Krankenhausfortschreibung, wo man sich nicht aktiv damit auseinandergesetzt hat, wie muss ich eigentlich gestalten und Versorgungsformen weiterentwickeln, verändern, sodass sie zukunftsfähig sind. Und das müssen wir jetzt triggern, dass das deutschlandweit stattfindet und wir uns lokal und regional anschauen, was sind die passenden Angebote. Wäre es hilfreich gewesen, die Länder früher einzubinden oder ist die Reihenfolge so richtig? Da kann man aus meiner Sicht geteilter Meinung sein. Ich glaube, es ist wichtig und richtig, dass sie auf jeden Fall jetzt mit dabei sind. Der Gesundheitsminister hat einen Arbeitsmodus definiert für die nächsten Monate mit verschiedenen Arbeitsgruppen, wo die Länder aktiv mit dabei sind. Das ist gut und das ist richtig. Hält der Zeitplan bis zum Sommer, Vorlage des Gesetzes? Ich denke, es ist eine gute Ambition, wobei ich ganz persönlich nicht zu kritisch wäre, wenn es hier um ein, zwei Monate mehr oder weniger geht. Es ist ein sehr wichtiges Thema. Und wenn wir das in diesem Jahr ordentlich hinkriegen, das wäre ein großer Erfolg. Ein Thema haben wir ein bisschen ausgespart, was reingehört. Die Bundesländer, Krankenhausplanung haben wir gesagt, ich bin auch mit Ihnen einer Meinung, dass es vielfach eine Fortschreibung gab. Für die Fortschreibung gibt es auch Gründe, weil wer will schon verantwortlich sein? Das ist auch klar. Aber die Bundesländer haben auch die Investitionskosten für die Krankenhäuser über viele, viele Jahre nicht getragen, egal welches Bundesland, von Norden nach Süd. Wo sehen Sie die Bundesländer? Ist da deine Verantwortung für die Finanzierung dieser Veränderung, die wir jetzt vor uns haben? Ich sehe sie mit in der Veränderung. Denn ich denke, dass wir auf jeden Fall eine Investition brauchen, um diese Veränderungen, die anstehen, erfolgreich zu machen. Und die müssen natürlich ein Stück weit auch vom Bund mit hineinkommen. Sie brauchen aber auch eine Unterstützung aus den Ländern. Denn eigentlich ist Investitionsfinanzierung Länderaufgabe. Und deshalb erwarte ich auch, wenn wir jetzt hier gemeinsam die Reform ausdetaillieren und zum Gesetz machen, dass dann auch die Länder sich finanziell beteiligen, wenn wir investieren. Das gehört zur Wahrheit dazu. Heißt aber auch, ich habe genau zugehört, der Bund investiert mit. Ich sehe das am Ende als eine gemeinsame Aufgabe an, wenn wir diese Reform zum Erfolg führen wollen. Weiß Christian Lindner das schon? Christian Lindner ist ein toller Finanzminister, denn er hat seine Kasse sehr genau im Blick. Er muss sie auch zusammenhalten, denn da gibt es immer sehr viele Ausgabenwünsche. Und Christian Lindner weiß aber auch, welchen hohen Stellenwert Gesundheit in diesem Land hat. Und deshalb glaube ich, werden wir da gute Gespräche führen und von beiden Seiten unterstützen, vom Land und vom Bund. Karl Lauterbach spricht auch von der Endökonomisierung im Rahmen dieses Reformpaketes. Würden Sie sagen, das ist ein glücklicher Begriff oder eher nicht? Auch hier verwende ich lieber andere Begriffe. Ich glaube, ein Kern der Reform ist, dass wir wieder die Steuerungselemente im System so gestalten müssen, dass das Wohl des Patienten im Mittelpunkt steht, dass genügend Zeit, Aufmerksamkeit, Geld, Ressourcen da ist, um wirkliche Probleme zu lösen und dass auf der anderen Seite übermäßige Anreize reduziert werden, Behandlungen durchzuführen, die vielleicht nicht medizinisch unbedingt notwendig sind oder wo es vielleicht eine konservativere, günstigere Methode zur Behandlung gibt. So würde ich es beschreiben. Das Wohl des Patienten muss im Mittelpunkt stehen. Und deshalb ist es richtig, dass wir bei dem Volumen der Fallpauschalen etwas wegnehmen und im Gegenzug in eine stärkere Vorhaltefinanzierung gehen. Glauben Sie nicht, dass bei 20 Prozent Vorhaltung, also 40 ist es insgesamt, Anrechnung Pflegebudget auch wieder für die Zuhörer, Glauben Sie nicht, dass der Druck steigt, wenn die restlichen 60 Prozent, die ein Krankenhaus quasi als Einnahmemöglichkeit hat, wenn man nur noch 60 Prozent hat, die man mit Fällen erreichen muss, dass dann der Druck nicht größer wird? Das ist, ich kann es nicht mit einer gesicherten Antwort jetzt entgegnen. Das ist allerdings aus meiner Sicht auch eine Frage, die jetzt in einem gemeinsamen Arbeitsprozess ausgestaltet werden kann. Und um da auch noch mal auf Gerald Gass zurückzugehen. Gerald Gass sagt, so wie die Vorhaltefinanzierung geplant ist, funktioniert das alles nicht. Und sein Vorschlag ist, der ist aus meiner Sicht auch wieder nicht weit entfernt von dem ist, was die Regierungskommission vorschlägt, ist, dass man sagt, man guckt sich verschiedene Bereiche an, in dem, was in einem Krankenhaus passiert, und legt unterschiedliche Anteile der Vorhaltefinanzierung fest, je nachdem, wie diese Themenfelder gestrickt sind. In einem Medizinbereich habe ich eben höhere Fixkosten, in einem anderen geringere und entsprechend kann ich das ausgestalten. Und das sind Themen, wo ich glaube, dass alle Beteiligten offen sind, sich mit intelligenten Vorschlägen zu beschäftigen und am Ende zu gucken, was ist die passende Lösung. Jetzt fühle ich mich herausgefordert für einen Vorschlag, gebe den auch gerne. Was halten Sie davon, wenn wir den ärztlichen Dienst, so wie das Pflegepersonal, einfach rausnehmen aus den DRGs? Das wäre echte Entökonomisierung. Dann gibt es für die Ärzte keinen Leistungsanreiz mehr. Es ist eine radikale Lösung und ich habe mich auch damit jetzt nicht abschließend befasst. Nur um nochmal einen Gegenpunkt zu setzen. Gerald Gass findet den Vorschlag nicht gut, kann ich schon vorwegnehmen. Okay, alles klar. Was aus meiner Sicht auch nicht geht, ist, wenn man ein System hat, was frei von ökonomischen Anreizen ist. Weil das wird am Ende auch dazu führen, dass ein System nicht genug leistet für das, was wir eigentlich für die Menschen brauchen. Das heißt, wir werden es aus meiner Sicht auch nicht hinbekommen, jeglichen Anreiz zu entfernen. Das ist aus meiner Sicht auch ein Trugschluss. Deswegen hat der Gesetzgeber auch sehr, sehr schlau vor langer Zeit ins Sozialgesetzbuch aufgenommen. Eine Leistung hat ausreichend, also zweckmäßig und wirtschaftlich zu erfolgen. Ich glaube, da waren die gesetzgeberischen Väter und sehr, 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 vorausschauend. Das ist absolut richtig. Wir springen mal ein bisschen zum Fachkräftemangel. Ich hatte ganz am Anfang mal gesagt, Fehlallokationen von Mitteln. Theoretisch, wenn man weniger Krankenhäuser hat, haben die verbleibenden Krankenhäuser mehr Personal. Ist das die Lösung? Um es mal ganz simpel auszudrücken, dass wir schauen müssen, wie wir mit der knappen Ressource Mensch, mit der knappen Anzahl an Fachkräften klarkommen. Und im Moment ist es ja so, dass alle in einer Belastungssituation sind. Und wenn wir es schaffen, zum Beispiel Operationen, die im Moment hauptsächlich stationär gemacht werden, das heißt, wo dann auch Menschen mehrere Tage in der Klinik bleiben, wo sie entsprechend auch mehrere Tage Betreuung und Pflege brauchen, mehr davon ambulant machen zu können, wo man vielleicht nur tagsüber eine Betreuung hat und dann schon wieder nach Hause kann, dann schaffen wir es strukturell, Personalzeit zu sparen und damit Entlastung zu bringen. Und das ist im Übrigen auch ein Teil der Reform, dass wir auf dem Pfad der Ambulantisierung weiter vorangehen. Das hilft am Ende dem System, weil wir die Menschen, die darin arbeiten, entlasten. Und im Übrigen, viele Menschen wollen ja auch gar nicht ins Krankenhaus, sondern wenn sie die Möglichkeit haben, Dinge flott unter sehr guten Qualitätsvoraussetzungen ambulant zu machen, das auch gerne annehmen. Und von daher glaube ich, ist es am Ende eine Win-Win-Situation, wenn wir auf dem Pfad der Ambulantisierung da weiterkommen. Was wir im Übrigen auch im europäischen Ausland schon sehen, wo die Nachbarn da ein Stück weiter sind als wir. Ich werde Ihnen an dem Punkt auch gar nicht widersprechen. Sag nur, ich glaube nicht, dass es mit den Vorschlägen der Kommission gelingen wird. Weil Punkt eins, die Krankenhäuser haben keine Anreize, keine Motivation zu verlagern in den ambulanten Sektor, wenn es dafür dann entsprechend nicht den Ausgleich gibt, weil ich habe keine echten Einsparungen. Also meine 20-Betten-Stationen, da hat eine 20-Betten-Stationen und die Schwestern, Sie kennen das Argument, sind nachts da. Ja, ich kann da keine Schwester abbauen, nur weil ich 20 Prozent des Leistungsbereiches ambulant erbringe. Punkt eins, Punkt zwei, wenn es so überreguliert und bürokratisch ist, dann verbrauche ich viel zu viele Ressourcen für die Bürokratie oder für die Dokumentation. Das ist sich gar nicht, also für mich als Krankenhausbetreiber, wir haben auch viele MVZs, ambulant und stationär, es wird sich für mich als Krankenhausbetreiber gar nicht lohnen zu verlagern. Punkt drei, das ist dann wirklich die Tiefe für Fachleute, wenn ich versuche, in einem stationären OP-Bereich ambulant zu operieren und einen ambulanten Patienten dort mit reinzuschieben, dann ist das von Anfang an im falschen Prozess. Also ganz ambulant, aber nicht ambulant und stationär mischen, weil es vom Prozess ist, es ist einfach für den Patienten unangenehm, er wird dann über eine Station eingeschleust, das funktioniert alles nicht. Also wenn ambulant, dann so wie es unsere europäischen Nachbarn machen, auch richtig ambulant, aber nicht in Kombination oder in der Mischung mit einem Krankenhaus. Das muss ja auch nicht in der Mischung passieren. Es gibt ja auch andere Formate für. Wohl wahr. Ich gehe mal ein bisschen über die Reformvorschläge weg und sage, das ist ja ein großes Problem der Verantwortungsteilung zwischen Ländern und Bund. Ist eine Folge des Föderalismus am Ende. Würden Sie sich das anders leichter vorstellen? Also würden Sie sagen, wir verlagern alles auf den Bund? Das Thema Gesundheit und Digitalisierung, das wird verschmolzen, das ist jetzt mal so ein Traum. Und der Bund ist zuständig mit einer zentralen Planung, mit einer zentralen Finanzierung und kann dann auch die Sektoren grenzen, entsprechend vermischen. Ich habe gehört, Sie haben einen netten Podcast auch aufgezeichnet mit der KV Ihres Heimatlandes. So ein Sektoren-Thema kommt ja immer wieder. Würden diese beiden Bereiche vollständig verschmelzen, wäre doch dem System geholfen. Also ich würde mir vieles wünschen, was mein Leben einfacher machen würde, im Übrigen von uns allen. Aber ich bin auch realistisch genug, das habe ich bei der Telekom im Großkonzern gelernt, control what you can, let go what you can't. Heißt übersetzt, ich beschäftige mich mit den Dingen, die ich realistischerweise ändern kann und verschwende nicht Energie auf Dinge, wo ich der Meinung bin, das werde ich die nächsten 20 Jahre nicht schaffen. Und dass wir das Thema föderalistische Aufgabenteilung im Gesundheitswesen jetzt so vereinfacht bekommen, dass wir aus dem Bund einfach durchregieren, das halte ich für ausgeschlossen. Deshalb glaube ich, müssen wir jetzt erst mal mit der Basis hier klarkommen. Und trotzdem bin ich der Meinung, wir können was schaffen. Und beim Thema Sektoren vereinigen, ein Problem, was wir vorhin auch noch nicht angesprochen haben, im deutschen Gesundheitswesen ist, dass wir die Sektoren zu isoliert voneinander aufgestellt haben. Das gilt für das System generell. Es gilt im Übrigen aber auch für die Digitalisierung und für die Daten, die auch in ganz vielen Silos eingesperrt sind. Und diese Grenzen zwischen den Silos müssen wir einreißen. Im Übrigen auch eine Parallele zur Telekom. Dort habe ich auch einige Projekte mitgemacht, wo es darum ging, Grenzen zwischen Unternehmensteilen einzureißen und die Zusammenarbeit zu vereinfachen. Und ich bin der Meinung, da sind wir auch wieder beim Anfang, am Ende muss im Mittelpunkt stehen, was sind Dinge, die funktionieren für die Patientinnen und Patienten. Und dafür brauchen wir eine Auflösung der strikten Sektorentrennung zwischen stationär und ambulant. Wir müssen Mischformen zulassen, wir müssen Durchlässigkeit schaffen, wir müssen einheitliche Abrechnungsformen, Stichwort Hybrid DRG, für einige Bereiche schaffen, um mehr Bewegung reinzubringen, um am Ende vor Ort entscheiden zu können, was sind die guten Angebote für die Menschen. Konstruktiver Vorschlag, wenn Sie einfach den Krankenhäusern die Möglichkeit lassen, die Leistung ambulant zu erbringen, zu der gleichen Vergütung, und mal wäre ich Gesundheitsminister, würde ich so machen, dann wird es einen Riesenschift in den ambulanten Bereich geben. Die Regulierung mit dem Thema, ich habe ja stationär dann vielleicht nicht die Kosten, die man ambulant hat, können Sie auch einen zweiten Schritt regeln. Umgekehrt, für jeden niedergelassenen Arzt wäre die stationäre Vergütung so interessant, dass er seine Angebote erweitert. Ich weiß nicht, warum Politik das nicht macht. Also das heißt, wir senken einfach die Vergütung für bestimmte Bereiche und die Krankenhäuser machen das dann auch weiterhin. Und sie wollen nur dafür im Gegenzug die Exklusivität für diese Leistungsbereiche. Nee, nee, sektorgleiche Vergütung heißt das, egal ob es ein Niedergelassener macht oder ob es jetzt mal ambulante OPs, egal ob der Niedergelassene das macht oder die Klinik das macht, beide bekommen die stationäre Leistung und nicht die EWM-Leistung vergütet, dann wird es einen Riesenschift geben in sehr, sehr kurzer Zeit in den ambulanten Sektor. Sind Sie dabei? Sie können es sich auch noch überlegen. Sie wollen, nee. Ich nagele Sie nicht fest. Ja, nee, also wir gehen ja schon in die Richtung, dass wir sagen, wir brauchen sektorengleiche Vergütung. Und am Ende, wenn wir sagen wollen, wir wollen, dass es in Summe nicht noch teurer wird, dann muss diese Vergütung die sektorengleiche unter der stationären liegen. Ansonsten haben wir am Ende mehr Akteure, die sich in dem teuren Bereich engagieren. Wir müssen aber dahin kommen, dass wir sagen, wir schaffen auch Anreize, Dinge möglichst gut, aber auch in einem finanzierbaren Rahmen zu halten. Gut, Sie haben es gemerkt, insofern war das richtig. Emile, wir gehen ein bisschen nochmal in die Art und Weise, wie Sie sich politisch einbringen und wie Sie jetzt so eine Reform oder auch die ganzen anderen Gesetzesvorhaben oder die Digitalisierung beeinflussen können. Geben Sie mir einen Einblick, wie kann ich es mir vorstellen? Sie rufen einfach Karl Lauterbach an und sagen, hey Karl, mit den Leveln, das lass mal sein, ich habe da eine bessere Idee? Ja. Wenn es so einfach wäre, Probleme zu lösen, dann wären wir schnell fertig, denn Karl Lauterbach ist auch immer ansprechbar und ist auch offen für gute Vorschläge. In der Politik ist es nur noch schlimmer als in einem Großkonzern. Es sind viele Akteurinnen, Beteiligte, Meinungsträger zu berücksichtigen und ich würde sogar behaupten, im Gesundheitsbereich der Politik ist es noch mal viel schlimmer als in anderen Bereichen. Denn wir haben auf der einen Seite die drei Ampelparteien, die eine gemeinsame Linie brauchen, wo wir uns aber gerade bei den Digitalthemen im Gesundheitsbereich sehr, sehr einig sind. Das macht richtig Spaß mit den Kollegen zu arbeiten und gleichzeitig müssen wir uns damit beschäftigen, wie bekommen wir die Akteure des Systems auf einen Pfad, der am Ende erfolgreich ist. Denn Sie wissen besser als ich, wir haben Selbstverwaltung in Deutschland, wir haben sehr selbstbewusste Kassen, Konzerne, Ärztinnen, Verbände, die da mitmischen und auch da müssen wir schauen, wie kriegen wir die Stellschrauben so hin, dass sie funktionieren. Mein Alltag ist am Ende auf der einen Seite eigentlich nur ein kleiner, fachlicher Teil, wo es darum geht, gute Ideen zu entwickeln oder noch besser einzusammeln von den vielen Expertinnen, Experten, die wir wollen. Aber auf der anderen Seite, und das ist der größere Teil, zu schauen, wie kriege ich Mehrheiten zustande, wie kriege ich die relevanten Akteure hinter solche Reformen ansetzen, um sie erstens durch ein Parlament zu bekommen und zweitens auch in der Umsetzung noch erfolgreich zu machen. Was war in Ihrer jungen Karriere hier in Berlin Ihr größtes Highlight, Ihr größter Erfolg? Also das größte Highlight oder die größte Ehre war tatsächlich, dass nach der Wahl des Bundeskanzlers wir in der Fraktion eine Art kleine Feierstunde direkt im Anschluss hatten im Fraktionssaal und normalerweise spricht dann der Fraktionsvorsitzende eine Art Ansprache zur Wahl des Bundeskanzlers. Und diesmal hatte das aber Rolf Mütze nicht anders gemacht und hatte zehn Minuten vorher zwei junge Abgeordnete gefragt, ob sie das für ihn übernehmen wollen. Und das waren damals meine Kollegin Rascher und ich, die das zusammen machen durften. und ich muss sagen, das war eine sehr große Ehre, ich war super aufgeregt, war was ganz Besonderes für mich und das werde ich nie vergessen. Und mein größter Erfolg, den gibt es nicht in dem Sinne. Ich hoffe, dass mein größter Erfolg wird, wenn das erste der drei Themen, die ich Ihnen vorhin genannt habe, durch den Bundestag geht. Bei allen drei Themen bin ich im Hintergrund, an vielen Stellen dran, da mitzuhelfen. Und wenn wir das erste davon geschafft haben, dann würde ich zum ersten Mal auch von einem politischen Erfolg reden. Da ist auch noch ein bisschen Arbeit. Haben Sie schon eine große Enttäuschung oder noch nicht? Enttäuschung gab es schon, nur sie haben mich noch nicht zu stark berührt, um es mal so zu sagen. Ich glaube, was ich gelernt habe, ist mit Enttäuschung und Rückschlägen umzugehen. Und ich glaube, das ist auch absolut notwendig, wenn man in der Politik im Übrigen auch in einem Großkonzern tätig ist. Denn wenn man sich von Enttäuschung zu sehr mitnehmen lässt, dann kriegt man nichts mehr gebacken. Ich bin, glaube ich, grundsätzlich ein sehr positiv, optimistisch, gut gelaunt, eingestellter Mensch. Das nehme ich mir vor, wenn ich morgens aufstehe. Und ich glaube, das hilft auch dabei, gut mit Enttäuschung umzugehen und trotzdem jeden Tag zu sagen, ich bleibe dran, irgendwann kriegen wir es hin. Hätten Sie Lust, irgendwann Karl Lauterbach zu beerben als Gesundheitsminister? Solche Gedankenspiele mache ich nicht. Wie ich vorhin gesagt habe, control what you can. Ich fokussiere mich wirklich darauf, was kann ich jeden Tag beitragen. Da habe ich im Moment echt genug zu tun. Es macht mir Spaß und es füllt mich auch aus. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und vielleicht sprechen wir irgendwann, wenn Sie dann Gesundheitsminister sind. Alles klar, danke Ihnen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020